Hallo, da ist es gut, das seh ich euch doch an. Also, hereinspaziert in ein tolles Neuhaus. Hier ist Bad, hier ist Essen. Hier wollen wir wieder weg. Wenn wir heute haben, dann hätten wir genau die Zeit. Also, nicht da, wie bei Essen. Kommt her rein und habt den Bad in unserer Klee-Baden hoch und vorne. Da geht es richtig schön und nachschiedet sofort. Aber das ist ja längst nicht alles. Hier haben wir echt gehört, alles erschienen. Was das heißt, hier ist ein Tollerverwege. Kommt dabei, um die Zeit zu kommen. Hier ist Spaß, schieben und entschuldige laufenden Bad. Immer wieder ein Spannungsergebung. Das Tollhaus mit seinen Erfekten auf vier Etagen. Seid dabei und lasst euch besten zu sein. Wir machen jetzt fertig. Wir machen jetzt das. Das Tollhaus mit seinen Erfekten auf vier Etagen. Das Tollhaus mit seinen Erfekten auf vier Etagen. Und das Tollhaus mit seinen Erfekten auf vier Etagen. Das Tollhaus mit seinen Erfekten auf vier Etagen. So, wir, nun aber rasch, haben wir ein krasses Vollhaus, das ist wirklich halb immer so, wie wir alle gesparten sind. Hier bei uns, haben wir sich mit der ganzen Familie amitiert, und haben uns sehr viel genossen, oder, wir haben uns ein fantastisches Vollhaus, hallo, hallo, ja, wir, ja, jetzt haben wir, aus dem Weg ins Vollhaus, viel Spaß und überraschendet, auf vier Stunden kommen wir rein, und das ist schon eine lustige Zeit, hier bei uns ins Vollhaus. Vielen Dank.